Ich denke dann, die müssen auch hoch. Die sollen... Ganz korrekt. Nicht so hoch. Sehr schön. Aha. So, hier sind noch Stufen dran. Steinstufen. Tuffstein. Na gut, jetzt habe ich jetzt... Es muss etwas Ähnliches finden. Das wäre in dem Fall, glaube ich, am ähnlichsten... ...Duftsteintreppe haben wir leider nicht. Hm. Machen wir mal eine Bruchsteintreppe raus. Ah, okay. Haben wir schon einen so hin und lang. Haben wir schon einen so hin und lang. Den Berger bauen müssen wir auch noch irgendwann. Hier steht ziemlich im Weg. Aber erstmal so hier. Und damit machen wir hier weiter. Auf der anderen Seite. So. Sehr schön. Bodenverzierungen. Auf der anderen Seite. So. So sieht es momentan schon aus. Wundervoll. Es wird immer mehr. Es wird immer mehr. Hier ist glaube ich noch eine Etage drauf. So ist der Plan. Mh 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 Interessant Ok, hier kommt eine Treppe hin Dann macht das hier wenig Sinn Sehr schön Und dann kommt hier noch die Stufe hin, dann machen wir hier aus den Steinen Ich höre Skelette, die machen mir Ärger Ok, da kommt also noch eine Etage rum drauf Dementsprechend muss das dann auch weg Aha Und das hier noch ein bisschen freundlicher aussieht Jetzt machen wir die Zyper hier weg Wir machen hier Baumstämme ran Na komm, das Mausrad benutzen Gehebt sein Nicht als Schild ausrüsten Das wäre tierischer Dumm Ok, jetzt kommt nicht mehr ins Menü Ja, dann behalte ich halt ein Schild Baum, Stamm Stamm Echt ein Stamm war es Bis ich herausfinde, wie man das weg macht Da behalte ich es jetzt Schild Echt? Zoli Treppe